Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal ein ganz besonderes Video, weil wie die meisten schon gesehen haben, habe ich seit zwei Monaten kein Video hochgeladen und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen was dazu. Und ja, wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt reden wir mal ein bisschen drüber, warum ich so lange inaktiv war. Wie die meisten von euch wissen, macht mir Brawl Stars Tatsache nicht mehr so viel Spaß. Es ist einfach nicht mehr das, was es mal damals war. Ich glaube, das können mir die meisten Tatsache zustimmen. Ich kann es euch sogar zeigen, letzte Season habe ich Tatsache nur bis zu Stufe 4 gepusht. Wie gesagt, da merkt man schon mal, ich habe wirklich fast gar nicht Brawl Stars gezockt. Aus dem Grund habe ich jetzt auch schon länger keine Videos gemacht. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Wie soll es mit diesem Kanal weitergehen? Wie gesagt, heute werde ich nicht mit YouTube aufhören, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß einfach nur nicht genau, was ich hier hochladen soll. Wie gesagt, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Soll ich vielleicht mal Reaktionsvideos machen? Vielleicht Spiele testen? Habt ihr Spieleideen? Schreibt es mal sehr gerne rein. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar. Ich wäre euch wirklich sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, mit YouTube werde ich nicht aufhören. So Leute, und jetzt möchte ich mich noch bei euch entschuldigen, dass so lange kein Video kam. Wie gesagt, es hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber ich werde jetzt wieder versuchen, öfters Videos hochzuladen. Wie gesagt, deswegen sind auch die Tipps, was ich hochladen kann, wirklich sehr wichtig. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Ich würde sagen, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020